Die Bilder haben gestern die Zuschauer auf der ganzen Welt geschockt. Im Spiel zwischen Atletico Junior und Deportivo Pereira kickte Luis Moreno eine Eule vom Feld. Und das war nicht nur irgendeine Eule, sondern ein Maskottchen vom gegnerischen Team. Der Fusstritt hat die Eule nicht überlebt. Sie ist in der Nacht auf heute gestorben. Ein Falle von Ihnen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017